Wieder keiner da außer Ihnen, Mr. May? Ich fürchte, ja. Also genau genommen kümmern wir uns in dieser Abteilung darum, die Angehörigen von Verstorbenen zu finden. Liebe Maan, vielen Dank für dein wunderbares Geschenk. Ah, Susi. Susi ist die Katze. Und fällt Ihnen vielleicht jemand ein, der Kontakt zu ihm hatte? Jemand, der wenigstens bei der Beerdigung dabei sein möchte? Nein. Und Susi wird nicht... Nein, ich verstehe. Danke. In den zwei Monaten, die ich hier bin, konnte ich Sie bei der Arbeit beobachten. Zweifellos sind Sie sehr gründlich. Aber wenn ich das so sagen darf, auch ausgesprochen langsam. Angesichts der angespannten Finanzlage führt die Behörde Rationalisierungsmaßnahmen durch. Wir lassen Sie gehen. Sie lassen mich gehen? Mr. May, was gibt's Neues aus dem Reich der Lebenden? Unser letzter Fall. William Stoke. Ich suche nach Leuten oder vielleicht Freunden eines Mannes, der vor 20 Jahren hier war. William Stoke. Was hat er angestellt? Einen umgelegt? Billy Stoke, Sie mein Big Billy. Was ist mit ihm? Miss Stoke. Ich habe eine traurige Nachricht für Sie. Danke, dass Sie gekommen sind. Also, Billys Tochter hat Ihnen von mir erzählt. Ist bestimmt ein nettes Mädchen. Ich dachte an dieses Stück. An einem guten Tag hat man einen herrlichen Ausblick. Also, der Fall ist ein littes Bild. Kannst dugas kennen. Untertitelung des ZDF, 2020